Das ist der Forever Karriereplan. Wir nennen ihn Vergütungsplan. Bei Forever kannst du dir selber deinen Traum verwirklichen. Du entscheidest, in welcher Zeit und wie du deine nächste Karriereposition erreichen möchtest. Du bestimmst mit dem Umsatz, den du bei dem Kauf von Forever Produkten generierst, wie schnell du deine nächste Karrierestufe erreichen möchtest. 100% fair, oder? Für jede Karrierestufe kannst du dir mindestens zwei Monate Zeit nehmen. Wir summieren also den Umsatz, den du in zwei aufeinanderfolgenden Monaten generierst, um festzustellen, ob du die nächste Karrierestufe erreicht hast. Je höher die Stufe, desto höher die Belohnung. Du wirst nicht nur die Produkte für dich und deine Kunden günstiger einkaufen können, sondern auch eine Provision auf die Umsätze von deinen Teampartner erhalten. Und das lebenslang. Nein, sogar für immer. Forever eben. Da du dein Forever-Geschäft auch vererben kannst. Alles beginnt mit der Unterschrift von einem Vertriebspartnerantrag. Bei Forever nennen wir unsere Vertriebspartner FBO. Ein FBO ist ein selbstständiger Unternehmer, der eigenständig sein Geschäft mit Forever entwickelt. Man wird Vertriebspartner, indem man einen anderen Forever-Vertriebspartner kennenlernt. Einen FBO. Der dich dann bei Forever einschreibt. Das nennt man Sponsoren. Sprich bitte den Forever-Vertriebspartner an, der dich zu diesem Event eingeladen hat. Er wird dir jede Information zu Forever geben und dich gerne sofort sponsern. Jetzt kannst du also sofort loslegen. Wir von Forever schätzen jeden Menschen, der unsere Produkte benutzen möchte, so sehr, dass wir ab dem Moment, wo du dich bei Forever eingeschrieben hast, dir bereits einen Preisvorteil von 15% weitergeben. Jetzt kannst du also die Produkte günstiger einkaufen und dein Team aufbauen, indem du weitere begeisterte Menschen findest und sponsorst, die sich auch mit Forever engagieren möchten. Das Beste dabei ist, dass du von dem Gesamtumsatz deines Teams profitierst, indem dir Forever monatlich eine Provision auf den Teamumsatz ausbezahlt. Schauen wir uns jetzt die verschiedenen Karrierestufen an. Du hast bereits jetzt einen Antrag unterschrieben. Und bist ein Forever-Vertriebspartner, der seine Produkte mit einem Preisvorteil von 15% einkaufen kann. Hier befindest du dich in den Forever-Karriereplan. Wenn du jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Monate einen Umsatz von zwei Case Grants erreichst, das ist die interne Forever-Währung, das entspricht einem Umsatz dann von ca. 660 Euro, oder 780 Schweizer Franken. Wenn du diesen Umsatz in zwei aufeinander folgenden Monaten erreichst, herzlichen Glückwunsch! Du bist gerade Assistant-Supervisor geworden. Stell dir vor, jetzt bekommst du sogar einen Preisvorteil von 30% plus 5%, insgesamt 35% auf die Produkte, die du selber kaufst. Und du kannst jetzt sponsern. Das bedeutet, wenn du jemanden findest, der sich genauso wie du mit Forever engagieren möchte, dann bekommst du von Forever eine Provision von 5% plus die 15%, insgesamt 20% auf den Umsatz, den dein neuer Partner monatlich generieren wird. Unglaublich, oder? Bei Forever lohnt es sich tatsächlich, Empfehlungen zu geben. Du befindest dich auf der Assistant-Supervisor-Position. Wenn du in den zwei aufeinander folgenden Monaten insgesamt 25 Case-Credits-Umsatz erreichst, das bedeutet, ein Umsatz von ca. 8.250 Euro oder 9.750 Schweizer Franken. Wenn du das erreicht hast, herzlichen Glückwunsch! Du hast jetzt die Supervisor-Karriere-Stufe erreicht. Du bekommst jetzt einen Preisvorteil von 30% plus 8%, insgesamt 38% auf die Produkte, die du selber einkaufst. Auf dein Team, was du in der Zwischenzeit sicherlich aufgebaut hast, bekommst du eine Provision, die dir monatlich ausbezahlt wird. Wenn du einen neuen FBO in deinem Team hast, dann wirst du als Supervisor 8% Provision plus 15% bekommen, also insgesamt 23%, auf die Umsätze, die dein neuer FBO im Monat erzielt hat. Auf einen Assistant-Supervisor, den du beispielsweise in deinem Team hast, wirst du 3% Provision bekommen auf seinen Gesamtumsatz, den er monatlich umgesetzt hat. Du siehst eine tolle Gelegenheit, mit seinem eigenen Team viel Provision von Forever ausbezahlt zu bekommen. Du befindest dich auf der Supervisor-Position. Wenn du in den zwei ufeinanderfolgenden Monaten insgesamt 75 Case-Credits Umsatz erreichst, das bedeutet 24.750 Euro circa oder 29.250 Schweizer Franken circa. Dann, wenn du diesen Umsatz erreicht hast, herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt Assistant Manager geworden. Du bekommst jetzt einen Preisvorteil von 30% plus 13, insgesamt 43% auf die Produkte, die du selber einkaufst. Und auf dein Team, was du in der Zwischenzeit aufgebaut hast, bekommst du, wenn du einen neuen Teampartner hast, wirst du 13% plus 15%, also insgesamt 28% Provision auf den Umsatz, den er monatlich generiert, bekommen. Auf einen Assistant Supervisor wirst du 8% Provision ausbezahlt bekommen. Auf einen Supervisor wirst du 5% Provision ausbezahlt bekommen. Du befindest dich auf der Assistant Manager Position. Wenn du jetzt in den zwei aufeinanderfolgenden Monaten insgesamt 120 Case-Credits erreichst, also einen Umsatz von circa 39.600 Euro oder 46.800 Schweizer Franken, dann herzlichen Glückwunsch. Du bist Manager geworden. Du kannst diese Position auch in einer zweiten Art und Weise erreichen, nicht in zwei Monaten, sondern du kannst dir ein bisschen mehr Zeit lassen, also in vier Monaten. In diesem Fall musst du nicht 120 Case-Credits, sondern 150 Case-Credits erreichen in vier Monaten. Das bedeutet also einen Umsatz von circa 49.500 Euro oder von 58.500 Schweizer Franken. Dann bist du Manager geworden und profitierst von unglaublichen Konditionen. Denn bei den Produkten, die du selber einkaufst, bekommst du einen Preisvorteil von 30 plus 18 macht insgesamt 48% aus. Bei deinem Team, was du in der Zwischenzeit aufgebaut hast, bei einem neuen, den du eingeschrieben hast, bekommst du 18% plus 15%, insgesamt 33% Provision auf den Umsatz, den er monatlich generiert. Bei einem Assistant Supervisor bekommst du 13% Provision von Forever ausbezahlt, bei einem Supervisor 10% und bei einem Assistant Manager 5%. Du siehst also, die Manager-Position ist eine der interessantesten Positionen in unserem Karriereplan. Und hier befindest du dich auf einer sehr entwickelten Unternehmerposition. Mach weiter so, denn es gibt noch viele weitere Möglichkeiten mit dem Forever Vergütungsplan. Ich habe die Möglichkeit, die Manager-Position zu emotiven, die Managerin-Position haben. Ich habe die Manager-Position für den